Henry, meine Leute, du kommst zur achten Folge von Resident Evil 2 Remake und ich würde hier eigentlich jetzt da lang gehen, aber ich hab schon als alles da gelootet und ich hab halt vergessen aufzunehmen, ja, ja, dir geht's gut und ich hab gesehen, beim Schneiden von der einen Folge, wie komm ich denn am schnellsten hin, ja auf der anderen Seite, wo wir draußen waren, da war eine Leiter und ich würde sagen, da rennen wir dann eben kurz mal hin und jetzt gibt's eben kurz einen kleinen Cut und zwar, wenn wir hier rausgehen, hab ich gesehen auf der Karte, war da eine Leiter die müsste, ja, hier ist eine, okay, gut gehen wir da mal runter was ein Wunder, was ein Wunder, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sowas, ah da hat er wirklich mal Wunder gehabt ich hätte jetzt nicht gesagt, dass das jetzt so kaputt geht, also heißt es auch, es gibt keinen Weg nach da also brauchen wir einen neuen Weg verdammt und ja Hebel, was macht der jetzt ja, schön müssen wir jetzt umleiten, oder wie haben wir hier überhaupt Loot, oder sowas in der Art ich bräuchte, ach ja so viel dazu, ich bräuchte nämlich mal wieder welches so, wo geht's hier lang so, ah und hier ist dann das Feuer, okay cleaning in progress, also wird gerade gereinigt, okay interessant so, mit unseren Kräuterchen und unserem bisschen Munition lagen wir uns dann mal nach hier unten hier rechts aha, da kommt auf keinen Fall jetzt oh, einfach zwei Stück äh, kommt auf keinen Fall jetzt gleich ein Zombie raus so kann ich das da mit, äh, noch hin tun nein, okay egal was haben wir jetzt hier oh euch haben wir erstmal perfekt, Alter so, haben wir es jetzt auch also der eine ist auf jeden Fall komplett tot aber du naja äh, hier ist auch noch Nebel den wollte ich drücken, aber hatte ich keine Zeit zu so ist hier noch was äh, jetzt hab die hier nichts versteckt haben so ist hier noch was hier ist was, okay Schießpulver ich wollte eigentlich Schießpulver mitnehmen aber ich hab okay, gut so viel dazu äh kombinieren mit dem dann haben wir nochmal mehr Munition ich wollte nämlich eigentlich Schießpulver mitnehmen aber hab mir gedacht nee, ich brauch das safe nicht so einmal neu speichern achte Folge ist das jetzt also da speichern ist das dieser Kreuzschlüssel der grüne ja nice haben wir noch hier alles okay das heißt können jetzt einfach nach zurück und das war einfach ein Loot Traum oder wie oder muss ja eigentlich mussten wir ja hin so euch geht's gut ne jetzt ist oben alles fertig oder wie ich weiß ja nicht also würde jetzt so Sinn machen ne ja ich verstehe es war nicht aber ja ich glaub da krieg ich nichts gelootet ne okay dann geht's jetzt raus hat auch grad oh mein Gott Tf Thanos sollen wir den jetzt irgendwie ausrexen sag ich jetzt nicht du stehst also mit auf lass mir doch vielleicht mal behilflich sein lieber Thanos danke kommt ihr hier auch noch rein halleluja das ist dann glaube ich dieser Mr. X was haben wir denn da das ist so interessant also jetzt haben wir den Stalker Gegner jetzt drauf hab ich zwar keinen Bock aber ja muss halt sein ah und du bist immer noch im Leben dank dafür was soll ich denn dagegen tun bei Tf oder soll ich da mal durchgehen und sagen ja komm verfucket ich weiß es ja nicht hier kommt er ja nicht rein wir haben halb zehn also jetzt da in der Zeit hier oben ist die wieder im Leben die Olle ich guck mal ob man halt da durchrennen kann aha okay ich bin halt wenn ich jetzt ein bisschen ruhiger bin aber seit hören ob der noch da ist okay er geht irgendwo runter wenn das hier noch auf ist dann geh ich von hier aus raus alter Schwede komm ich hier dann irgendwann mal raus oder wie ist das ne weißt du was ja verdammte Scheiße ne so einmal schuss abgesetzt ja toll du bist ganz lustig und so alles klar verstehe ich ist ja schneller schneller als ich oder wie ist das ich hoffe mal nicht ich muss hier rechts lang ne also zumindest ist da ne ne Kreuztür und zwar wenn man hier ganz hinten rechts reingeht ne hallo guten Tag ne war das hier ne Herztür oh Tag das war ein ach doch das war eine Kreuztür ja das war ein kleines Vergnügen aber trotzdem relativ lustig sag jetzt nicht du kommst ja gleich mit rein ok was haben wir hier Munition ok ich würde so gerne jetzt speichern wollen der kommt doch gleich was haben wir da eigentlich bekommen gerade ein Kästchen da fehlt ein da fehlt dieser rote Juwel aha ihr Schlingel ist er jetzt weg ich hasse solche Stalker Gegner ah da ist noch was 6 2 11 ok haben wir auch Wartest du mal ok richtiger Mann wurde am vermerkten Ort gefunden als Beamter ihm zur Rede wurde verhaftet und eine Notiz in seinem Besitz wurde konfliziert 6 2 11 aber ich hoffe der Stalker ist jetzt nicht so so viel dazu alter das war ein krasser Jumpscare das war das war das war wirklich ein krasser Jumpscare der war so wie komm ich da jetzt irgendwie lang irgendwo ja oha Ehre Digga danke 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 Mann würde jetzt so komisch Typ sagen so und da aus so jetzt müssen wir auch nicht immer nach oben rechts ist okay willst du jetzt auch sagen dass da oben jetzt die Tür offen ist nicht hier sondern da ne die Tür ist immer noch zu hm ich hasse solche Stalker Gegner oh hier waren wir noch nicht aber hier ist eh nix ja doch hier waren wir oh hallo tschüss gut dass er mich jetzt nicht bemerkt hat ach komm kannst du eigentlich auch mal dein Maul halten so das hier müsste doch eigentlich ein safe room sein auf jeden Fall kann man hier saven das war kein safer room aber kann man saven so nehme ich mir das jetzt mit raus verstaue das verstaue das und verstaue das und jetzt tue ich das kombiniere mit dem und was kriegen wir Stars Abzeichen ja schön ah der USB oh ha irre so wo haben wir denn noch eigentlich äh Türen mit dem da müssen wir dann da links rein okay dann renne ich da mal lang ach komm ey müssen wir doch nicht sagen dass überall diese scheiß Viecher sind ich hab wenigstens abgespeichert das kann mir jetzt wenig äh also wenn ich jetzt gleich sterbe dann kann wenig passieren so wo muss ich hin da 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 und dann da ich muss glaube ich den lecker umbringen weil da haben wir noch im zweiten floor irgendwas mit kreuz ne im dritten ne der dritte das kommt ja durchsucht das ist krass zweite wir müssen aber wir müssen aber zum zweiten OG und den Wagen hier mal wissen wir doch nicht sagen dass ich den jetzt hier umbringen muss dann sag mir einfach ich kann hier rein ich hab hier zwar jetzt äh was abbekommen aber das passt schon tue ich hier nochmal speichern sehr sehr kritisch gerade die nehm ich mal besser mal mit also die Schlüsselart das hätte ich auch noch angerufen egal kann warten so äh ich hab ja gespeichert also kann ich ja ausprobieren ob ich einfach hochrennen kann ja ok geht äh zweiter floor oder dritter floor äh zweiter floor oh wir kriegen jetzt den Magnum damit können wir jetzt das Viech dann ausschalten oha der Denkerbus so äh wir 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 bringen wirklich sehr sehr lange hier in diesem Raum äh Raum in diesem Ort ne wie so das halbe Spiel ist das hier ne wenn nicht sogar mehr so nutzen können wir erstmal ein bisschen warten ja nice jetzt auch wenn nicht du kommst jetzt auch noch da ist das nicht der Sardegel ja ne wissen wir was sagen wie das geht Chris Redfield aha so hier soll noch irgendwas drin sein oder soll irgendwo anders was drin sein angezeigt wird nix kann ich das jetzt einfach wieder mitnehmen und dann wird's blau ah ok weil ich weiß ja nicht so schnell zugriff ach das ist ja schon im schnell zugriff hätten wir aber jetzt auch die Magnumulis so mitnehmen können fällt mir auf so wir kommen jetzt am sichersten zurück so ne dann über die Bibliothek dann Eingangshalle dann speichern wir oder wir hoffen einfach dass da rechts nicht steht ok Zeit haben wir noch Glück vielleicht ist er auch nur im rechten Flügel ne ich hab den ja hier irgendwo schon mal umlaufen gehört also kann man das eigentlich verneinen so da ist ja noch irgendwo ein Licker der kann aber dann gleich erstmal unsere fette Wummel blicken wo haben wir denn hier die Magnumulis und da mal gucken wie viel die laden kann oh sieben Stück ja ist einfach nur eine Desert Eagle Lecker ich hab was für dich erstmal mit den zwei Dingen teasen und dann wo bist du denn das ist eine fette Wummel sieh jetzt haben wir Warnung okay ich benutze das besser noch nicht weil da steht nur Warnung und nichts anderes erst wenn ich dann wirklich rot habe so wo mussten wir jetzt hin da durch durchs Besprechungszimmer und so was haben wir da Ereignisbericht Westflügel des Gegenkreis nur ein weiterer angekommen da bestanden zwölf Personen ist jetzt nur was mit Story aber ich will mich jetzt nicht mit Story oha wir haben Alter hätte er einfach die Fresse wir haben gleich schon die Folge beendet eigentlich schon mehr als jetzt schon bald irgendwie so ich hoffe ja komm die Folge kann ja auch mal wieder eine etwas längere werden das ist nicht das Problem so ich hoffe hier ist irgendwas krasses Thor's Hammer der Wagenheber okay gut 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 nein sag mir nicht der Auto ist jetzt hier oh wenn du jetzt von da aus gehst dann ist das halt so ne lauft einfach zurück ne wie spaß dir dann noch ne oh komm du kriegst meine Magnum ab ach nö nicht du erst nicht du erst nicht du auch noch komm ey alter weiß gar nicht spiele ich auf einfach oder auf was spiele ich egal ich speichere dann einfach jetzt hier weil dann habe ich jetzt auch schon mehr als genug für heute getan erstens und auch mehr als 20 minuten so soll ich die die Macken mal verstauen oder ne komm ich lass die mit der Munition aber dann auch so kann ich Schießpulver herstellen vielleicht auch hochwertiges ne Kräutermischung habe ich ja noch soll ich mal eine weitere mitnehmen geht ja nicht okay okay egal wir haben viel geschafft wenn euch die Folge gefallen dann lasst doch gerne ein like ein abo und eine Glocke die der griff sieht auch dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag sag Dankeschön und ciao Leute